Hallo liebe Freunde der Gastronomie, Hotellerie und alle anderen, die auch wenig Zeit haben, zumindest dafür, um sich bei YouTube lange Videos anzuschauen. Und zwar geht es um eine Möglichkeit von Videos bei YouTube, sich eine YouTube-Zusammenfassung erstellen zu lassen, und zwar unter der Zuhilfenahme von ChatGPT, Gemini und weiteren Language Models. Und hierzu schauen wir uns einfach mal YouTube an. Und das Ganze, was man mit einem Tool dort vernünftig erreichen kann, erkläre ich kurz in drei Minuten. So, und zwar, hier bin ich auf dem Kanal von Kemal, kann ich wirklich sehr empfehlen, viele spannende Videos, die es von ihm gibt. Und wie man sieht, sind diese auch zum Teil schon mal etwas länger. Hier 25 Minuten, 57 Minuten, 48 Minuten, 1 Stunde, 21 Minuten. Also das ist dann schon ein Wort. Und hier schauen wir uns jetzt einfach mal ein Video an. Die Details dazu findet man da drunter. Hier, wenn man es aufklappt, hat man die Möglichkeit, hier nochmal weitere Details zu bekommen. Das ist dann aber auch das, was dann der jeweilige Ersteller dort als Details hinterlegt hat. Man macht es den Zuschauern noch ein bisschen einfacher, weil man hier diese Kapitel anlegt. Die sind hier auch angelegt worden. Spannend wird es hier unten. Und zwar, wenn man ganz unten das Transkript sich anzeigen lässt, wird es hier oben rechts in der Ecke ganz normal bei YouTube geladen. Ein Zeitstempel und dazu, welcher Satz gesprochen wurde. Das ist schon mal ganz gut. Aber letztendlich müsste man sich hier auch dann wieder alles durchlesen, um zu wissen, um was es geht. Auch da fehlt natürlich die Zeit und das Ganze sieht auch nicht sonderlich aufgeräumt aus. Deswegen, welches Tool kann man da nehmen? Es gibt hier ein Tool, das nennt sich YouTube Summary with ChatGPT and Claude. Steht zwar ChatGPT drin, aber es ist auch deutlich leistungsfähiger. Das zeige ich gleich. Das kann man installieren über den Chrome Web Store. Es gibt das auch über Apple, gibt es das auch zu laden, in Safari. Und wenn man das gemacht hat, sieht dann auf einmal die Seite von YouTube etwas anders aus. Hier oben habe ich diese neue Zeile bekommen. Wenn ich hier den ersten Link klicke, das erste Symbol, bekomme ich hier die gleiche Zusammenfassung eigentlich, die ich auch hier unter dem Video sonst habe, die Informationen davon. Spannender wird es jetzt bei dem zweiten Knopf. Hier wird jetzt das ganze Transkript, was erstellt wurde, geladen in ChatGPT. Und ChatGPT wird hier angewiesen, eine deutsche Übersetzung zu erstellen. Und die findet man dann hier unten. Hier wird automatisch jetzt eine Zusammenfassung erstellt. Man hat die Möglichkeit, also insgesamt werden jetzt hier fünf Punkte erstellt. Man hat die Möglichkeit, hier rüber über diesen Menüpunkt unterschiedliche Language Models auszuwählen. Auch Gemini. Ich habe das schon mal vorab gemacht. Ich mache es jetzt einmal nochmal separat. Und zwar, wenn ich jetzt hier das aufrufe mit Gemini, dann wird hier in Gemini das alles hineingeladen. Und dann wird hier auch zusätzlich in einem anderen Programm eine Zusammenfassung erstellt. Und ich finde diese hier jetzt sehr schön, weil ich jetzt Hauptpunkte habe und dabei viele kleine andere weitere Punkte, die dann nochmal das ein bisschen präzisieren. Ich finde es ist eine tolle Möglichkeit und ich würde sagen, damit wäre erst mal das Tool erklärt. Und ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr da nochmal fragen solltet, dann schreibt es in die Kommentare oder schaut das nächste Video an. Da werde ich dann nochmal kurz zeigen, wie man solche Informationen, die man hier aus den unterschiedlichen Videos zum Beispiel auch als Text herausziehen kann, wie man das sehr schön organisieren kann, um sich hier eine kleine Mini-Datenbank zu erstellen mit einem neuen Tool, das von Google bereitgestellt wird. Das war's. Vielen Dank und ciao.